Hallo, heute möchte ich euch wieder Farbverpflichtungen zeigen. Wie ihr seht, blende ich Head- und Schussfolge ein. Es entstehen verschiedene farbliche Musterungen. Im linken unteren Eck seht ihr nun die Bindung, welche verwendet wurde. Ich hoffe, euch damit Anlegungen für neue Musterungen bzw. Erscheinungsbilder für einfache Schaftgewebe gegeben zu haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Harry.